So, also peace Männer. Wir machen jetzt weiter mit dem Qualitätscheck vom Chagalope Archery Amber. 62 Zöller, einteiligen Jagdrecurve. Rechtshand 35 Pfund in der Speed Variante mit Carbon. Details noch im Review dann, mehrere oder noch mehr Details. Jetzt wollen wir mal einen kleinen Qualitätscheck machen. So, womit fangen wir an? Mit den Tipps. Das ist mehrlagiges Mercada und die sind wirklich perfekt gemacht. Also da ist keine scharfe Kante nix, da passt alles. Auch auf der anderen Seite, also da gibt es nichts zu meckern. Hier die Übergänge, man sieht das Schwarzglas, man sieht die zweite Schwarzglas-Schicht, man sieht das Carbon, die beiden Holzschichten und das mehrlagige Mercada. Der Übergang hier ist optidopti. Kannst du mal kurz zeigen? Also das ist wirklich ganz großes Kino. Das ist auch wirklich das, was man für einen 550 Euro Bogen wirklich erwartet. Wie gesagt, auf beiden Seiten. Er ist perfekt ausbalanciert. Jetzt dreht er sich ein wenig. Er ist perfekt ausbalanciert. Und ich habe jetzt auch schon mal geschaut. Die Wurfarme sind perfekt gerade. Die Rundungen, also die Biegungen sind gleichmäßig. Ich habe eine auf dem Kopf, auf dem Boden gestellt und habe geschaut. Also das passt wirklich auch haargenau. Und wenn man so reinschaut, sind auch die Tipps mittig, also gerade. Das ist ja das A und O, dass der Tiller passt. Dass er dann beim Auszug auch richtig arbeitet. Dass die Geometrie und alles passt. Wir spannen ihn jetzt dann gleich noch auf. Das sieht man ihn nochmal im aufgespannten Zustand. Ob das dann auch wirklich mittig ist. Und ob dann auch die Sehne mit dem Bogenfenster überein passt. Und genau. Das machen wir dann später. Dann kommen wir mal zu der Oberflächenstruktur von dem Schwarzglas. Also das ist perfekt gleichmäßig gearbeitet. Nirgendwo Stressmarks. Nix. Es ist leicht rau. Bechschwarz. Die Kanten sind überall sauber gebrochen. Also das ist wirklich schon oberster Standard. Sage ich jetzt mal. Ja. Also wirklich geil. Dann wenn man eben sieht, die zwei Lagen Holz in den Wurfarmen. Und man sieht genau die Linie Carbon, was durchgeht. Das ist alles sauber gleichmäßig gemacht. Dann hier diese Übergänge. Das ist alles perfekt gemacht. Ich hoffe man sieht das jetzt alles gescheit. Ja. Also wirklich vom Feinsten, wie dann das Griffmaterial, das Griffholz in die Wurfarmen übergeht. Ja. Also das ist auch wirklich ganz großes Kino. Ich hoffe man sieht das Carbon schön. Dann diese Rillen. Die sind auch beide gleichmäßig gearbeitet. Also da ist wirklich die Qualitätskontrolle wirklich sehr, sehr hoch. Hier diese Übergänge überall. Da hüben. Da ist so eine Nummer. An den Tipps oben. Da ist auch nochmal auf der einen Seite eine Nummer. Das war hier. Weiß kein Mensch was das bedeutet. Aber dann kommen wir zum Oberflächenfinish vom Griff. Schön glatt. Nicht zu sehr poliert. Also man spürt noch richtig schön Holz. Ja. Hier das hellere Amazokwe. Das dunkle Schwarznuss. Hier ist Mercada. Da ist noch mal so zwei Lagen. Das denke ich mal ist das Spiderwood. Und das sieht aus wie Bambus. Ja. Das Holz, weil man da hier diese Punkte sieht, das hat eigentlich nur Bambus. Ich vermute, dass das nochmal Bambuslage ist. Ja. Hier sieht man es da nochmal schön. Also das ist top gemacht. Ja. Da hier ist das Juggalop-Zeichen. Ja. Schelfbogenfenster. Ich hoffe, meine Kamera spielt mit. Man erkennt hier genau das Mercada. Und wie gesagt, das müsste Bambus sein. Weil das heller ist auf jeden Fall das Spiderwood. Und das durch diese Punkte da, das muss Bambus sein. Also da bin ich mir zu 99,9% sicher. Dann haben wir hier oben. Normalerweise geht das ja durch. Haben wir hier die Verbindung. Das haben sie aber rausgefräst. Das ist dieses markante Griff-Design. Ja. Also das ist wirklich echt klasse gemacht. Ja. Was ist noch wichtig? Oberflächenverarbeitung, Holz. Das Verleimen, die Optik von dem Griffstück. Die Maserung. Bogenfenster. Also das ist alles echt genial gemacht. Da ist jetzt eine kleine Macke dran. Aber da könnte ich fast schwören, dass es vom Transport ist. Also das ist nicht von Werk aus. Und hier ist auch ein bisschen klein. Aber das geht mit ein wenig Spucke weg. Aber die haben den Karton anscheinend ganz schön rumgefetzt. Ja, so wie es aussieht. Ich habe es euch ja beim Unboxing gezeigt. Der Karton war ganz schön charmeriert. Ja. Aber das ist nicht schlimm. Das ist ein Gebrauchsgegenstand. Wenn der mal auf dem Parcours irgendwo dort steht oder auf die Bank gelegt wird, dann kriegt man da auch so leichte Spuren. Und mit der Zeit. Ich schieße ja eh über das Blanke Schelf. Also mit der Pfeile und so weiter. Da kriegt das ja sowieso alles Gebrauchsspuren. Aber der Rest ist wirklich 1a verarbeitet. Und das ist wirklich nochmal eine ganz andere Welt im Gegensatz zum Malachit. Also Malachit in allen Ehren für den Preis top. Aber das Teil hier ist brutal. Wie gesagt, die Tipps sind gerade. Die Wurfarme passen. Ich habe auch vorhin schon mal geguckt, ob die Tipps gleich hoch sind. Das passt auch. Balance passt. Da wird dann der Tiller auch passen. Was ist noch wichtig? Was bleibt noch zu sagen? Bearbeitung Tipps. Verarbeitung Schwarzglas. Laminierung. Wurfarme. Das Carbon. Der Übergang in den Griff. Wie der Griff verleimt ist mit diesen mehreren Holzlagen. Also Schwarznuss, Amazokwe, Mercada. Dann nochmal zwei Lagen Spiderwood. Und das eine Lage ist mit Sicherheit Bambus. Also da würde ich einen Besen fressen. Wenn wir auf dem Parcours sind. Ich frage den Tobi, was der sagt. Und der wird euch das bestätigen. Vielleicht schreibe ich auch nochmal die Bogensportwelt an. Vielleicht könnt ihr dir was dazu sagen. Und die Maserung von dem Holz einfach geil. Wir haben ja jetzt wieder den Amber. Das soll ja wieder an einen Schmuck- oder Heilstein oder an einen Edelstein erinnern. Das ist ja auch ein energiegeladener Stein, was ich auch so geil finde. Und der Amber soll ja auch helfen in kraftzehrenden Situationen. Er soll Energie spenden. Und was ist da wieder passender, als wenn man beim Bogenschießen Kraft braucht, aber dennoch Kraft tanken will. Da hat man den Amber. Und das ist einfach mal richtig geil gemacht. Ich spanne jetzt mal schnell auf. Und dann schauen wir uns nochmal im aufgespannten Zustand an. Dann machen wir natürlich wieder alles live ohne Videoschnipp. Logisch. Wir nehmen die Szene, was dabei war. Dann schauen wir mal, ob da der Tiller dann auch passt. Und wenn er aufgespannt ist. Hauen wir gleich, hauen wir gleich. Keine Panik. So, Standhöhe passt jetzt natürlich nicht. Das ist klar. Die stelle ich jetzt auch nicht ein. Aber wenn ich mir das jetzt so angucke. Da ist dieser Mittenschnitt. Die Szene zum Bogenfenster ist also top. Ja, das sieht echt gut aus. Dann ist die Szene auch echt gut mittig. Doch man sieht es jetzt. Ja, also das sieht auch wirklich gut aus. Und man sieht jetzt auch die extremen Recurves. Das ist wirklich richtig krass gemacht, ja. Jawohl, und so sieht das Ganze aus. Qualitätscheck vom Chakalop Archery Empire von der Bogensportwelt. Ich spalle euch die Links in die Beschreibung, wenn ihr Interesse habt. Guckt euch das Ding an. Es ist wirklich ein krasses Teil. Und ich bin auf die Tests gespannt. Und in diesem Sinne, Peace and Cuts of a Life checkt den Cuts out. Peace and Cuts of a Life checkt den Cuts.